herzlichen willkommen freunde zu einem neuen video heute gibt es mal einen vergleich zwischen zwei riesengroßen vulkanen und zwar von lonestar einmal links den krägling vulkan und dann hier rechts den den vulkan mit bunten sternen wir fangen an mit dem vulkan mit bunten sternen so So, und als nächstes den Vulkan mit Kreckling So, und als nächstes den Vulkan mit Brenndauer Einmal der mit Kreckling und der mit den bunten Sternen, beide sind wirklich eine richtige Kaufempfehlung. So, und als nächstes den Vulkan mit